ja und damit haben wir und herzlich willkommen zurück zu Puzzle together Puzzle furchtfrühlich für uns Quatsch ein bisschen Ich wollte es heute mal sehr ruhig eingehen Müssen wir gleich an und püssen Na Vielleicht sollten wir erstmal die Stäbe machen oder sowas von den Teilen Warte mal, du musst doch irgendwo hier drüben hingehören. Du bist doch Rad Aber wo? Oder bist du doch der? Was ist denn das? Und das Ding haben wir gefunden Das Ding sieht doch auch aus, wenn das hier irgendwo herkommen würde Und noch ein Pilz hier unten Ach, den wollte ich auch versuchen Er hat mich gestört Du siehst auch so hell aus Ah Perfekt Hatte gepasst Dann machen wir mal kurz hier den blauen Pilz Falls der da möchte Und vielleicht hinten das Grunzeug Der blaue Der blaue Ah Jetzt bin ich verzweifelt Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Ich finde hier immer weitere Pilzteile und so, aber die passen nirgendwo rein Ja Das ist ein bisschen frustrierend, ne? Oh 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 Ich glaube Ich glaube Ich glaube diese blauen Teilen, die kommen glaube ich drüben Ah Die blauen Teilen gehören hier auf jeden Fall rein Nein So ist es nicht So ist es nicht Ich weiß doch nicht wie Ich weiß auch nicht wie Ich weiß auch nicht wie Oh Bist du jetzt ein Pilz oder? Achso Achso Sehr schön Haben wir gut gemacht Und vielleicht da hin Ist das denn lila das Ding? Ohhhh Oder haben wir hier noch irgendwie? Ah, das ist der lila noch Okay Kannst du mal was anderes machen? Die Pilze sind meins Ich helfe dir doch nur ein bisschen Das mache ich doch gar nicht Äh Ja Boah Sehr schön Sehr sehr schön Das ist doch eigentlich ein sehr einfaches Puzzleteil Ich hasse Himmel machen Muss man aber auch Ja, ich weiß Ah, da Das ist Teil, was ich gesucht habe Kann das sein, dass es das hier ist? Ah Oh Mann Das war der Pelz Voll die Härte Wer ist die Härte? Ich? Das bezweifle ich sehr stark Nyo Wo gehört das denn hin? Wo kommst du hin? Du bist ein Pilz Oh, das ist eigentlich zu dunkel Es müsste eigentlich hier irgendwo eine Ecke Ach Perfekt Es gibt nur noch den blauen Pilz, den blauen Pilz, den blauen Pilz Welchen blauen Pilz willst du wohl haben? Ich habe keine Ahnung, wie ich den hier haben möchte Egal wo ich den reinsetzen will, der passt überall nicht hin Was willst du von mir? Was willst du von mir? Genauso wie der hier Der wird ja auch noch so rein Oder willst du hier rein? Nein, willst du auch nicht? Willst du auch nicht? Oder willst du da rein? Nein Schade Wo könnt ihr denn hin? Ich ahne es nicht Du ahnst es nicht? Ne Das spielt Mob nicht So kann ich nicht arbeiten Sag ich doch Das Mob nicht Gefunden bei Olo.de Was haben wir noch nicht gefunden? Die blöden Teile da reinkommen Hier ist noch etwas niedernes Brauchst du nur irgendwie wird niedernes Ah Die sind relativ dunkel die Teile Oh Das sieht nicht aus wie der Himmel irgendwie, ne? Hm Das ist knack knack Alles zu dunkel Das wäre ein alt Nein, ich werde nicht alt Nein, was willst du denn? Jung Bleibe jung und nicht mehr jung Alter Das wird zwei Schließe wohl sehr stark Die müsse ja hier oben mit hin Das nützt ja alles nix Das nützt ja alles nix Passt nicht Das will ich nicht Ich will was anderes sagen hier Aha Da gehen wir dann Nein Ich brauche ein Puzzleteil mit drei Löchern und einen kleinen Nobsi Drei Löchern und einen kleinen Nobsi Wann spielst du da gerade? Wann spielst du da gerade? Ich bin sicher, ob ich da auch mitspielen möchte Du spielst doch damit Puzzles doch mit mir Ja, ich habe Angst Ich mag nicht mehr Okay Ich brauche nur Und ich habe es gefunden Sehr schön Ja, ich habe das keine Tore noch in Nobsi Ah, der Pass ist rein Endlich Grrrr, so weiter Bootsomenka Bist du das hier? Ah, du bist das Wie er juckt Wie er juckt Ich habe das Teil von Wasser Oh mein Gott, haha Sehr schön Sehr, 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 sehr schön Also so schwer Ich sag lieber nichts Lieber nicht Das Puzzle schlägt so zurück Das schlägt so oder so schon zurück Ich werde ich am laufenden Band verprügelt von dem Puzzle Verprügelt? Ja, Mensch, das ist genau Bei D-Thing heute alles kann du Aha Jetzt kommt mit der Sache doch schon mal näher Nicht wirklich Pils Warte mal Dann packen wir die Pils erstmal dahin So Wo gehörst du hin? Ja, ins Puzzle Ach, sag bloß Wie ist das für die Fettig? Du gehörst doch in den blauen Pils rein Du gehörst doch in den blauen Pils rein Du bist doch eher mehr Der Typ Ja Den Teil bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher Du bist doch eher mehr Okay, ich hätte jetzt gedacht da irgendwo Aber Vielleicht doch Da irgendwo Du bist auf jeden Fall Pils Okay Die Pilze hier unten gehen schon mal zusammen Super Wir sind hier unten Ja Wo gehörst du hin? Da weißt doch nicht so ganz, wo er hingehört Du gehörst da wahrscheinlich irgendwo zwischen Irgendwo dazwischen Aber noch nicht da, wo ich den gerne haben möchte Aha Ja Ja Und sonst so Puzzeln Ja Puzzeln Okay Okay, let's go Wie, aber dann müssen da doch irgendwelche Girls, Knopper, oh Girls, Knopper, oh Girls, Knopper, oh Girls, Knopper, oh Hä? Okay Äh? Äh? Wie, wo, eine Ecke von Pilz? Nein, das ist nicht die richtige Das ist eine Ecke. Aha. Schön. Das passt so wahrscheinlich nicht rein. Schade. Hätte ich ja passen können. Ah. So geht's. Dann. Du siehst doch so aus. Achso, den hast du ja schon fertig. Hä? Nö, alles gut. Wo ist denn jetzt mal? Wo ist denn da jetzt geflogen? Schön. Ups. Du siehst auch so aus, als wenn du irgendwo hier hingehören würdest. Mein Magen rebelliert. Ich glaube, ich erst gleich ein Salat. Aha. Du hast da. Dann gehst du doch auch gar nicht auch irgendwo da hin. Du siehst aus, dass wenn du... Mano. Kannst du nicht einfach rein passen? Na. Du gehst wahrscheinlich so rum. Du gehst da mit dran. Alter Magen, hör auf. Pui. Du gehst da mit dran. Du gehst da mit dran. Ich suche den grauen hin. Sehr schön. Kann das sein? Was kann ich sagen? Nee, das passt leider nicht. Nicht so wie ich mir das vorstelle, auf jeden Fall. Oh, schön, dass das auch Schatten wirft. Nice. Wo gehörst du denn hin? Ganz knapp vorbei. Wo hast du hier? Oh. Ja. Ich brauche ein dunkleres Tag. Ja, aber das sieht auch so aus, als wenn das so dunkel wäre. Also eigentlich, dass es hier nur... eine Nebelbade. Da. Und jetzt brauche ich ein Stückchen Himmel, was so aussieht. Nur mal nur. Nur andersrum. Das hier vielleicht? Ja, so. Jetzt brauche ich etwas gräulicheres. Vielleicht das hier? Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Nein, nein, nein. Gräulicheres. Das. Vielleicht hier oben irgendwo. Da finde ich auch noch Pilze. Aber das könnte hier hin passen. Ah. Ei, mir juckt alles. Sollte wieder Ei gegessen und Leute. Nein. Dann hätte ich Bauchschmerzen. Okay. Ich weiß nicht. Unten in den Kniekehlen fängt es wieder an, wund zu werden. Oh. Ist gar nicht gut. Also der Mager, der die, ähm, der Mager oder die Frau, die die Pille erfunden hat oder so, mochte das Geschlecht, das weibliche Geschlecht. Habe ich dir aber vorher auch schon gesagt. Ich hab's dir ja gesagt. Ja, aber auch wenn du mir das tausendmal sagst. Ich muss das Ding trotzdem schlucken. Ja, oder wie viele, äh, wie viele kleine Misas sollen hier rumrennen. Ich hab's dir ja gesagt. Ja. Ja. Ich mein, wir schaffen das ja noch nicht mal, ne, eine auszuhalten. Ja, aber die ist ja auch ein bisschen verwöhnt. Da muss man da ja auch nicht so sagen. Nicht von euch, aber von Grußeltern. Sehr verwöhnt. Ja. Ah, da ist. Oh, das kleine Baby. Ich mein, jetzt kann ich's ja nachvollziehen, ne? Das sind immer ein kleines süßes Munzerchen. Ja. Und deswegen muss man das ja nicht übertreiben. Ja, das stimmt. Ich würde auch ihr gerne alles kaufen oder den Kindern alles kaufen und hast nicht gesehen, wenn ich das könnte. So, jetzt hab ich einen Tee gebaut. Ein Tee. Ein Tee. Ein Tee. Ein Tee wie Tante. Aber auch ich muss mich zusammenreißen, ne? Ich mein, ich hab da schon wieder was gesehen, ne? Oh, das ist so niedlich. Aber ich sag mir dann, nein, nein, die müssen warten. Ja, das muss ja auch nicht immer sein, dass sie alles kriegen. Sie hat jetzt genug Klamotten. Ich mein, klar, du kannst ihr auch immer was dazwischen kaufen. Natürlich, das geht immer. Irgendwie. Irgendwie geht's immer. Aber deswegen... Ich mein, klar, sie ist ja eben halt so, wie sie jetzt ist, ne? Kann man ja nun mal nix dran ändern, aber... Deswegen muss man trotzdem nicht immer... Oh, das arme, arme Kind. Das ist ja nicht arme, arme Kind. Dieses arme, arme Kind. Äh, die arme, arme Mama. Alles klar, Leute. Das war's erst mal für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.